Art Boss oder so. Oh, oh, oh. Wenn ich das sehe, das gefällt mir schon mal nicht. Oh, war das knapp. Wie mache ich denn das? Einfach bloß Gegenspringen? Na klar, was ist das sonst? Oh. Ich war tot. Ja, gut. Ja, gut. Oben werde ich zwar hinkönnen. Aber ich weiß noch nicht wie und inwiefern ich die Fähigkeiten nutzen kann. Oh, nice. Ich sage mal, so lange wie ich... und so lange wie ich da mit links in der Luft bin, geht's ja. Wetter angreifen. Die dürfen keine Verschnaufpause haben. Oh, Leute, die haben verfehlt. Mal was ganz anderes. Oh, nicht so schnell. Oh, shit. Oh, mein Gott. Ah, Kuschi ist ziemlich schnell tot, wenn das passiert. Oh, shit. Oh, gerade so, ey. Da hat auch nicht viel fehlt, dass die mir hier den Kopf weghacken. Ähm, okay. Komm ich da irgendwie hoch? Nee, komme ich nicht. Gut, äh, dann... Machen wir es einfach. Machen wir es so. Oh, noch ein Speicherpunkt. Jawohl. Nehme ich gern mit. Wir freuen uns schon darauf, die zu studieren, die du gefunden hast. Schau doch mal... Ah, das ist schön, dass wir uns daran erinnern. Das ist geil, dass wir uns daran erinnern. Dann gehen wir doch mal hin. Ähm. Ah, jetzt. Ich kann deine Kraft steigern, sobald du 20 Ringels hast. Du hast noch nicht genug. Ja, äh, schön. Und was sagst du mir jetzt das? Du hast fünf Ringels. Möchtest du deine Verteidigungsfähigkeit... Ja, natürlich. Ah, ich muss tougher werden. Dann fangen wir an. Mit jeder Infusion wird der Schaden, den du beim Blocken erleidest, sinken. Außerdem steigt das Hiddi, das du generierst. Ich werde deine Verteidigungsfähigkeiten erneut verstärken, wenn du zehn weitere Ringelsätze hast. Das hört sich schon mal gut an. Aber ich bin eh mehr dafür da, dass die... Dass wir genug Ringelsätze sammeln für die Verteidigung anstatt für den Angriff. Aber irgendwann wirst du halt den Angriff brauchen und kannst nicht... einfach... auf die Verteidigung zurückgreifen. Was bist du denn? Alles klar. Ja, genau! Vor allem, du kriegst... ein bisschen weniger als... Oder ein bisschen mehr als die Hälfte deines Lebens abgezogen. So. Nice! Ähm, okay. Das hat nicht so geklappt. Oh, shit! Aber wir haben es schon mal eingesperrt, das Vieh. Nice! Jetzt hat es funktioniert. Ähm... Oh mein Gott! Ah, alles klar. Das funktioniert so nicht. Ich bin zu doof, hier über diese Dinger zu... Äh, springen. So. Alter, das Teil hätte uns glatt gekillt. Ich lasse das Ding mal lieber in Ruhe. Da tue ich lieber nochmal speichern. Und die Wand einreißen. Ah, du schon wieder. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind zwei von euch da. Aha, okay. Dann machen wir mal so. Boah! Ei, 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 ei! Das ist, ähm, belastend, finde ich, wenn man mit Cushy nicht verteidigen kann. So ist okay, aber der Rest ist halt bisschen belastend. Achso, das war ein Drück. Dich wegballern, ja. Oder auch nicht. Alter! Oh, da habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Mach doch sowas nicht mit mir! Oh, wow! Oh mein Gott, drei Lebenspunkte! Ui, 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 ui! Oh, es läuft! Die sind zwar stark, die Mobs, aber es läuft. Ich bin ja ganz froh, dass wir jedes Mal Gesundheit regenerieren. Oh mein, das gefällt mir hier schon gar nicht. Oh! Okay. Nein! Okay, das geht. Er kommt schon hoch. Ah, nein! Äh, es sieht einfacher aus, als es ist. Ne, es sieht schwieriger aus, als es ist. Ich hätte hier nämlich bloß anhalten brauchen beim letzten. Oder vorletzten, um kurz nochmal ein bisschen Anlauf nehmen zu können, bevor ich da springe. Ui, 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 ui. Oh Gott sei Dank, wieder ein Speicherpunkt. Oh, den nehmen wir mal mit. Oh, ach du Scheiße. Nein! Ich wusste nicht mehr, wie rutschen geht. So geht rutschen. Alles klar. Mann, ist das belastend. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Das ist gemein. Das ist gemein. Weg mit dir. Oh, da sind wir gleich hier volle Kanne rein. Nice! Alle mit ihm mal ins... übergezogen. Uh. Und nochmal. Ey, so oft wie wir das einsetzen können, das ist awesome. Nice. Jejejeje. Ja, komm schon, mit deinen Flügel hier wirst du doch das Ding... Ach ne, da... Kushi tut ja... Naja, ist nicht Kushi. Wie ist denn der Vogel jetzt? Ich hab mich... das nicht gemerkt. Muss ich mal kurz gucken. Mal auswählen. Kushi. Charakterinfo. Altun. Altun schreit ja. Und tut die ja nicht, ähm... Ach. Gute Güte. Hä? Soll ich das denn machen? Soll ich das denn machen? Oh, okay. Ah, das war reichlich knapp. Da haben sie sich aber das recht gut überlegt. Ähm... Okay. Hä? Wie zur Hölle? Okay. So funktioniert's nicht. Aber ich glaube, ich hab nen Plan. Ah! Gerade so hat dieser Plan funktioniert, aber... auch jetzt muss ich ihn wieder einsammeln. Oh, jetzt muss ich ihn wieder einsammeln. Kann ich da einfach? Nee, kann ich nicht. Ah! Puh! Ey, die Entwickler haben das aber echt knapp bemessen hier! Mann, Mann, Mann! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Äh, ich tue schon wieder! Geh weg! Ähm... Machen wir das noch. Und wenn ich Glück habe... Nice! Den nehme ich noch in, damit wir den Dings hinüberziehen. Hm... Hm... Ah, das wollte ich nicht. Na ja, gut, egal. Naja... Äh... Ah, shit. Ich nicht... Hm... Hm... Hmm... Hm... 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 Okay, jetzt muss ich überlegen. So funktioniert es. Nice. Funktioniert. Ich hasse diese Geister. Das ist schlimm. Ja, genau. Oh, ja, jetzt übertreibt mal. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Achtsam. Euiuiui. Oh, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Es hat aber funktioniert. Mann, krass. Halt. Machen wir mal. Ich kann noch. Ne, kann ich nicht. Okay. Aber immerhin wieder einen weiteren Speichelpunkt für mich. Ich habe das Gefühl, hier kommt aber auch gleich ein Endpass. Oh. 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 Oh, you have no idea how it pleases me to see you here. Ajna, wasn't it? Your curiosity has bested your judgment and your strength has carried you here. To think, after all my efforts, after all these years of breaking once proud warriors, you were the only one I needed. I don't want to hear anything. I don't want to hear any of that stuff. I just want to advance my father. You aren't the least bit curious about your past? Where you truly come from? Well, no matter. It saves me explaining. Now, follow me, child, and we'll plunge the world into darkness. Wait. Lord Ravanovar, I must ask you. I've always considered you the father I never had. You raised me and taught me right from wrong. You always said you wanted a world of peace. Quiet yourself, boy. I suppose I must have scooped you off the streets because you had a fair amount of iddy. But compared to this girl, you are nothing. World of peace? Of course. The only peaceful world is one without humanity. Begone with you. Now, girl, let us resume. No talking. I'm coming for your head. Ravanovar! Ravanovar! I've done it! Father, you are avenged. Was bist du denn? Oh, ja, genau. Oh, ja, genau. Mein Gott. Erstmal wegballern hier. Okay, Maharavanava. Alter, das ist echt schwierig zu blocken. Okay. Machen wir mal drauf. Sorry, but it's over. Und erst mal die Luft. Ah, ich wollte blocken. Aber ich konnte das nicht richtig einordnen. Oh, je, je. Dann werde ich doch mal lieber heilen. Oh, shit. Oh, geil. Oh, geil. Nice. Oh, shit. Oh, sehr geil geblockt. Sehr schön geblockt. Oh, was ist denn? Hä? Er ist entkommen, wo ist er denn? Da hab ich nicht aufgepasst. Hä, weg ist er. Oh, shit. Ah, genau. Okay. Okay, halt. Ah, das macht Spaß. So ein bisschen ausweichen und, äh, ne? Oh, shit. Okay, das geht so nicht. Ist das ein Speicherpunkt? Nein, das ist kein Speicherpunkt. Holy fuck, hab ich mich erschrocken. Gut gemacht, junger Mensch. Ich habe fast versucht. Jetzt, über diesen Monster, die wir vorhin diskutieren, in Wahrheit, ein diviner Being known als Kala ist hier gegründet. Kala? Sie ist der Versteller und Versteller der Welt. Oh, mein Gott. Sie ist der Versteller. Sie war schüttelt hier bei Ajna's own father, Ender, und drei von seinen Ambitious freundlichen Freunde. Oh, ja, Ajna. Ich weiß nicht mehr von deinem Vater. Der Vater macht das? Ich sehe, dass du ihn nicht so gut wie ich ihn weiß. Keine Worte. Würdest du gerne sehen für dich selbst? Oh, mein Gott. Alliup! Nice! Geblockt! Ähm, ich hätte gerne... Aua! Blockt! Und einmal ihn überziehen hier. Oh, das hat sicher weh. Das Dumme ist, dass Ajna ganz vorne mit steht. Ich wollte eigentlich... Ja, genau das wollte ich. Und einmal den Ultimate. Oh, mein Gott. Macht das Damage. Jetzt ziehen wir den noch mal einer mit dem Knöppel hier über, mein Freund. Oh, das habe ich... Äh... Shit! Warum hat denn der mich jetzt bekommen? Oh, mein Gott. Das ist mit ihm, wie er mir vor ist. Oh, das heißt, ja. Vielen Dank.